Auch er lässt sich dann nicht aus dem Tritt bringen von diesem ersten leichten Verhakler, hat aber ein anderes Tempo. Ja, aber guck mal auf die Zeit. Jetzt hat er Zeit verloren. Jetzt wird er die von Tim nicht mehr knacken können. Aber was für eine Leistung. Das ist Wahnsinn. Das ist keine zwei Sekunden langsamer. Das ist genauso bockstark wie das, was wir vorher gesehen haben. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Ich werde es nie satt, das, was die Sportlerinnen und Sportler bei Ninja Warrior Germany da so abliefern. Es ist wirklich teilweise unfassbar. Wenn ihr eine ganze Folge sehen wollt, eine ganze Staffel, überhaupt kein Problem. Einfach hier. Da geht es zu RTL Plus und da haben wir das Ganze für euch vorbereitet. Oder aber kleine, feine, schöne einzelne Videos. Die gibt es hier. Kannst du dir nicht ausdenken.